Vor allem aber der Jugendlichen. Also wir machen das jetzt so, wir machen eine Siegerehrung, wir haben diesen Lauf, wir sind im dritten Lauf, 1.000 Meter und wir feuern einfach mal wieder an, hier eingangs der Geraden, der Gegengeraden, Tom macht das nicht mit, genau, mit der 518, das ist Kirill Simakon. Aus Russland und am Ende Phil Silas Bruderer aus der Schweiz und Durchgang 62,5 Sekunden. Also damit kann man am Ende unter 42 bleiben, wie gesagt das Ziel für diesen Lauf und wir bitten diejenigen, die jetzt für die Siegerehrung dann zuständig sind, sofort nach Zieleinlauf gehen, das wird auch so sehr gelaufen. Und dann packen wir das vor den nächsten 1.000 Meter los. 600 Meter, 1.33, immer noch gut aufgelegt. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder, und wieder, und wieder! Ein wirklich jetzt wieder mit eurer Unterstützung hier auf der Tribüne gerade. 1.000 Meter, es geht auf die letzten 300 Meter. Kommt, mit den Helden mitmachen! Der Russe ist in Fübung, Ivan Kacicin, ein Jugendlicher, dahinter mit der 203 und der 272, das sind Tobias Ferreira, LG Bilder und Julian Liebhardt, LG Hering, Durchgang etwa 0-2, 0-5, 2-0-6, jetzt wird es schwierig für Ivan Kacicin und Russland. Geht du weg, ey, ey!